Weißt du denn nicht, wie das ist, wenn du in den Himmel kommst? Im Himmel, da reden die über nichts anderes als über das Meer und darüber, wie wunder, wunderschön es ist. Sie reden über den Sonnenuntergang, den sie gesehen haben. Sie reden darüber, wie die Sonne blutrot wurde, bevor sie ins Meer eintauchte. Und sie reden darüber, wie sie spüren konnten, wie die Sonne ihre Kraft verlor. Und die Kühle vom Meer heraufzog. Und das Feuer nur noch in ihrem Inneren glühte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020